Die Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Wir gehen weiter. Augen auf. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiß! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sannis! Was ist los? Zurück! Gottverdammt! Tana, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. ECA Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tana, ihr Holzköpfe! Vermattet das nicht! Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ich... Hey Boss, wo steckst du? Ich such die verrinte Sonde. Was macht Scarstand? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Zaprophüt oder Mezil? Habe ich mit geproben mit. Was entspricht vor, hat er so lange nicht zu weinen? Wenn du jetzt ein, ihr habt. Ich bin es 2.3. Es geht dir! Ich bin es 3.5. Ich bin, es bin es 3. 1 der kuhviecher hat mich angegriffen es ist durch irgendwas wild geworden ich musste es töten seit vorsichtig verstanden jetzt sieh zu dass du die sonde findest tana ich hab sie das signal kommt gar nicht von der sonde es kommt von außerhalb des suchbereichs von irgendwo auf dem planet und möglich hier ist doch sonst keiner sicher die festplatte wir analysieren das signal in der basis verstanden verdammt das ding wird gegrillt hannah gibt uns die frequen scheiße trägerfrequenz 9 7 koma tana hörst du mich tana tana ich weiß nicht was hier für eine scheiße los ist was zum teufel und ja 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 Das war's für heute. De los! ARD Text im Auftrag von Funk Oh, verdammte Scherze. Ja, los, los. Verdammte Scheiße! Los, Reinhardt! Schwere Verluste, mögliche Kontaminationen. Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verdammt! Shit! Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Wonach sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tanner, hier! Hilfe! Hilfe! Sanitäter! Versorgt sie! Na los! Stopp! Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Was she ist? Und dann schloss ihr ihn. Nein! Das ist ein Befehl. Klar, sobald du deine verdammten Scherke zurückweifst. Such it, Major. Die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Outrider, warte. Maxwell ist der Einzige, der die Landung abladen kann. Du musst ihn zur Fall umspringen. Angriff! Neufe! 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 Geh, 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 geh! Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Du das Richtige. Blass sie ab. Verschieb die scheiß Landung. Es ist spät. Hey, ihr... Hilft mir mit den Verwundenen. Sie müssen zur Krankenstation. Hier drüben! Na los, bewegt euch! Oh, warte. Es ist fast da. Das wird wieder... Okay, hier. Es wird so gemacht! Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docks dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin erledigt. Aufpippeln ist nicht mein Ding.